Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die polizeiliche Kriminalstatistik spricht von 151.000 Fällen von Wohnungseinbrüchen allein im Jahr 2016. Auch wenn diese Zahl im Vergleich zum Jahr 2015 leicht rückläufig ist, so wird in Deutschland dennoch alle dreieinhalb Minuten in eine Privatwohnung eingebrochen. Das ist ein Zustand, den wir weder akzeptieren noch billigen dürfen. Wir müssen und wollen die Menschen in ihren eigenen vier Wänden schützen. Wir stehen an der Seite. Wir stehen an der Seite, Herr Kollege Tempel, der Menschen, die sich um ihre Sicherheit in den eigenen vier Wänden sorgen. Dabei geht es nicht allein um die materiellen Schäden. Wohnungseinbrüche treffen Menschen tief in ihrem eigenen Sicherheitsgefühl. Es berührt die Menschen dort, wo sie am verletzlichsten sind, in ihren eigenen vier Wänden, in ihrem ganz privaten Rückzugsraum. Sie müssen sich mal bitte mit Opfern von Wohnungseinbruchsdiebstahl unterhalten. Menschen, die noch lange nach der Tat ein beklemmendes Gefühl haben und sich gar nicht trauen, schlafen zu legen, weil sie Angst haben, jemand könnte neben ihrem Bett stehen. Sie müssen sich mit Menschen unterhalten, deren intimste Gegenstände durchsucht wurden, die Scham empfinden und die am Ende des Tages sogar aus ihrer Wohnung ausziehen müssen, weil sie es psychologisch nicht schaffen, in dieser Wohnung zu bleiben. Wir stehen an dieser Seite dieser Opfer und wollen die Freiheit der Menschen wiederherstellen, die in ihrer eigenen Wohnung Opfer von Diebstahl und von Raub geworden sind. Wer einen Wohnungseinbruch begeht, raubt den Menschen die Freiheit auf ungestörte Privatsphäre. Und deswegen, meine Damen und Herren, wegen der erschütternden und nachhaltigen Wirkung auf die Opfer und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist aus Gründen des Opferschutzes eine Reform des Strafrechts geboten. Der derzeitige Strafrahmen des Einbruchsdiebstahls geht von sechs Monaten bis zehn Jahren, bei minderschweren Fällen von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Aber dieser Strafrahmen spiegelt nicht das Unrecht wider, welches durch den Einbruch in eine Privatwohnung begangen wird. Deswegen wollen und werden wir das ändern. Wir stellen die dauerhaft genutzte Privatwohnung unter einen besonderen strafrechtlichen Schutz. Mit dem neuen Paragrafen 244 Absatz 4 StGB wird der Wohnungseinbruchsdiebstahl in eine Privatwohnung ein Verbrechenstatbestand und es wird auch keinen minderschweren Fall mehr geben. Ich kann mir auch bei Wohnungseinbruchsdiebstahl keine minderschweren Fälle vorstellen. Wichtig ist ebenfalls, dass der Wohnungseinbruchsdiebstahl auch in den Katalog der Verkehrsdatenabfrage aufgenommen wird. Es war und ist niemandem so recht zu erklären, weshalb die Polizei nach einem Wohnungseinbruch Fingerabdrücke nehmen darf, aber bislang nicht bei den Telekommunikationsanbietern abfragen darf, wer in die Funkzelle eingelockt war. Und es darf auch keinen Unterschied machen, ob die Polizei davon ausgehen muss, ob eine Bande am Werk war und damit Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen möglich sind oder ob es ein Einzelner war. Es geht um die Wirkung auf das Opfer. Und selbst wenn ein Einzelner Einbrecher unterwegs ist, muss es möglich sein, auf Funkzellen zurückzugleichen, weil nämlich der einzelne Einbrecher bereits zu einer nachhaltigen, traumatischen Wirkung beim Opfer führen kann. Und deswegen gebietet der Opferschutz, dass das Instrument der Verkehrsdatenabfrage zum Tragen kommt. Und, meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang ist mir auch eine Bemerkung wichtig. Nicht allein wegen den Wohnungseinbrechen, sondern wegen vielerlei Bedrohungen unserer Freiheit und Sicherheit durch Kriminelle und Terroristen will ich festhalten, es war richtig und geboten, dass wir die Speicherung von Verbindungsdaten beschlossen haben und sie dieses Jahr in Kraft treten wird. Natürlich brauchen wir ein Bündel von Maßnahmen. Die Prävention ist ebenso wichtig wie eine stärkere strafrechtliche Verfolgung. Es ist deswegen richtig, dass die KfW Zuschüsse zur Sicherung gegen Wohnungs- und Hauseinbrüche ausreicht, weil nämlich viele Wohnungseinbrüche im Versuchsstadium stecken bleiben. Das ist die notwendige Eigenvorsorge und Wachsamkeit, die die Kehrseite des staatlichen Schutzes ist. Allein im Jahr 2016 sind über 40.000 Förderzuschüsse ausgereicht worden. Und wenn 2016 bereits 44 Prozent der Einbrüche im Versuchsstadium stecken bleiben und 2014 es erst 40 Prozent waren, dann zeigt das vielleicht auch, dass dieser Aufwuchs des Versuchsstadiums auch mit der notwendigen Eigenvorsorge zusammenhängt. Deswegen werden wir dieses Programm weiterführen und weiter fortschreiben. Meine Damen und Herren, meine große Sorge ist auch die unterschiedliche Betroffenheit von Einbruchsdiebstahl in den einzelnen Ländern. Das Risiko, Opfer eines Einbruchsdeliktes zu werden, ist abhängig vom Bundesland, in dem man sich auffällt oder seine Wohnung befindet. In Bayern waren es 58 Fälle pro 100.000 Einwohner im letzten Jahr. In Nordrhein-Westfalen waren es 294 Fälle. In Schleswig-Holstein 269 Fälle. Das zeigt ganz klar, dort, wo die Union den Innenminister stellt und Verantwortung für die innere Sicherheit hat, leben die Menschen sicherer und die Zahl der Wohnungseinbrüche ist geringer. Wir wollen, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche überall in Deutschland zurückgeht. Das darf keine Absichtserklärung sein, sondern das muss ein verbindliches Ziel der Innenpolitik werden. Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland ist nach wie vor zu hoch. Die Aufklärungsquote ist zu gering. Wir wollen und werden aber mit diesem Gesamtpaket der Maßnahmen, mit der notwendigen Strafrechtsverschärfung, mit der Ausweitung der Ermittlungsbefugnisse und mit der Fortschreibung der Prävention, dem Einbruch weiterhin den Kampf ansagen. Und dann, meine Damen und Herren, haben auch die Länder die Pflicht, durch die Zwingungsstellen von ausreichenden Personalbemessungen bei der Polizei Fälle aufzudecken und zur Anklage zu bringen. Und wenn wir diesen Gesamtkanon an Maßnahmen durchführen, dann werden wir die Einbruchskriminalität in diesem Lande weiter zurückführen, zugunsten der Menschen, die Sicherheit in diesem Lande stärken, Einbrüche konsequenter zu bekämpfen. Das ist unser Ziel. Herzlichen Dank.